Das jetzt ist der zweite Teil der Lesung, die Weinprobe von Lissabon. In diesem Teil, leider nur wieder digital, schildere ich das Zusammentreffen meiner drei Protagonisten, Menschen, die unterschiedlicher kaum sein können. Der Abend senkte sich über Lissabon, Ronaldo, Vechters Mann fürs Grobe, startete mit seinem Motorrad eine Minute vor Vechter, der ihm mit dem Sprint erfolgte. So hatten es ihm die Mexikaner nahegelegt, wobei ähnlichen Transporten immer jemand mit einer Maschine vorausfuhr, um über Funk mögliche Straßensperren oder Polizeikontrollen zu melden und gegebenenfalls blitzartig die Route zu ändern oder den Transport abzubrechen. Anders als die Mexikaner, die einen derartigen Konvoi bis an die Zähne bewaffnet begleitet hätten, verzichtete Vechter auf große Bewaffnung. Hier eine Ballerei anzufangen, wäre Selbstmord. Nur seine automatische Pistole steckte wie immer griffbereit in der Verkleidung unter dem Lenkrad. Kontrollen waren im Feierabendverkehr Lissabons nicht zu befürchten, zumal sie nicht die frequentierten Ausfallstraßen benutzten und danach die Landstraße über Arruda dos Vinhos, um zur Quinta da Fonte zu kommen. Dort würden sie wie üblich die Waren transport- und hundesicher verpacken. Sie waren gerade in Sobral rechts abgebogen, als sich plötzlich Fechters Walkie-Talkie mit einem Knarren meldete, gefolgt von Ronaldos verzerrter Stimme. »Hey Chef, hier stimmt was nicht!« »Ich bin kurz vor der Kinta, in dem Wäldchen steht ein fremder Wagen und Paolo Oliveira redet mit dem Fahrer. Ich glaube, es ist sein Bruder, naja, könnte sein, der immer nur Ärger macht. Ich halte es für besser, wenn du wartest. Hier liegen dicke Steine als Wegbegrenzung. Hier kann man nicht wenden.« »Ich bin kurz beobachtet. Was passiert weiter? Haben Sie nicht gesehen?« »Glaube nicht. Ich melde mich, wenn es vorwärts geht.« Fechter vermutete, dass es sich um einen privaten Besuch bei der Familie des Winsters handelte, aber er durfte kein Risiko eingehen. Deshalb wartete er in der Einfahrt seinem Feldweg auf weitere Hinweise von Ronaldo. Er stieg aus, steckte das Walkie-Talkie ein, nahm den Feldstecher und begann, die Umgebung zu beobachten. Als Ronaldo Entwarnung gab, fuhr Fechter weiter. Doch plötzlich stand ein silberner Wagen im Weg. Das war anscheinend der, den Ronaldo gesehen hatte. Und hinter dem Steuer saß eine Frau. Fechter hielt, schaltete das Abblendlicht ein und stieg aus, da die Frau keine Anstalten machte, zurückzusetzen. Er musste wissen, wen er da vor sich hatte. Es war durchaus möglich, dass sie eine Frau, die unbedarft schien, zum Spionieren hergeschickt hatten. Heutzutage war jede Methode erlaubt, den Gegner auszuschalten. Es war zum Kurzen. Man war vor nichts und niemandem mehr sicher. Er ständig mussten neue Wege und kreative Lösungen gefunden werden. Er ging auf den Wagen zu, das Fenster auf der Fahrerseite stand offen. Eine recht gut aussehende Frau mit dunklem Haar, nur eine Spur zu alt für ihn, oder war es das Licht? Sie sah ihn aufgelöst und auch ein wenig ängstlich an, I want to go to Quinta da Johanna, sagte sie und er begriff, dass er weder eine Portugiesin noch eine Engländerin vor sich hatte. Der Akzent war eindeutig, am Steuer saß eine Deutsche. Da haben sie aber Glück, dass sie gerade mich hier treffen, ich kann ihnen gern weiterhelfen. Fechter sagte es auf Deutsch, ließ all seinen Charme spielen, sein Lächeln mit dem tiefen Blick. Nein, niemand würde eine deutsche Drogenfahnderin auf ihn ansetzen. Eine Französin, ja. Möglicherweise eine Spanierin, vielleicht. Eine schwarze US-Amerikanerin, eventuell, aber keinesfalls eine Deutsche. Ich kenne mich hier einigermaßen aus, was treibt Sie zu so später Stunde in diese gottverlassene Gegend? Haben Sie sich verfahren? Er musste wissen, weshalb die Fremde im Dunkeln ihrem Wagen im Wald herumfuhr, ausgerechnet an dem Tag, an dem er den Sprinter mit 500 Kilo beladen hatte. Ich bin auf dem Weg zur Quinta da Joana, wiederholte sie und blickte Fechter offen an, zugleich hilfesuchend und erfreut. Nicht auf dem Weg zur Quinta da Lua? Dort finden häufiger Events statt, die Quinta ist sehr frequentiert. Nein, nein, ich bin nicht zum Feiern hier, ich komme zum Arbeiten. Aha, das ist gut, ich zeige Ihnen gleich den Weg, aber verraten Sie mir, was eine Frau wie Sie, er ließ seinen Blick aufmerksam durch ihren Wagen gleiten, hier in der Nacht arbeitet? Klang das zu anzüglich? Nein, die Frau lachte, sie nahm ihm die Frage nicht übel. Normalerweise bin ich bei Tageslicht unterwegs, ich berate Weingüter in Energiefragen. Oh, wie spannend, ich interessiere mich sehr für Weingüter, ich würde gerne eins kaufen. Wir sollten uns ein andermal in Ruhe unterhalten, ich heiße Andreas, Andreas Fechter. Er mach, erreichte ihr die Hand. Johanna Breitenbach. Ihr Lächeln gefiel ihm. Wir sehen uns bestimmt noch. Dann erklärte er, wie sie zur Quinta da Joana komme, es sei nicht kompliziert, es gebe den Hauptweg, von dem die Nebenwege zu den einzelnen Weingütern abzweigten. In fünf Minuten sei sie dort. Er sprang bei Hände in den Wagen, setzte rückwärts zur Abzweigung zurück und wies der Dame den richtigen Weg. Ja, es war eine Dame. Sie dankte es ihm winkend mit einem Lach. Mit dieser Johanna werde ich mich näher befassen, dachte er und setzte seinen Weg fort. Und dabei etwas über Energiemanagement zu lernen, würde ihm zugutekommen, sollte er sich eines Tages tatsächlich ein Weingut anschaffen. Verkehrt wäre das jedenfalls nicht. Ronaldo erwartete ihn an der Einfahrt, eine Taschenlampe in der Hand, denn Fechter war das letzte Stück gänzlich ohne Licht gefahren. Er kannte den Weg. Außerdem brauchten die alten Besitzer der Kinter der Fonte nicht zu wissen, dass sie heute Nacht hier arbeiteten. Allerdings wusste Sohn Paolo, was sie taten. Er gehörte schließlich mit zum Team. Und sein Bruder Pedro war gierig. Darin sah Fechter seine Chance. Ich werde sie noch zum Verkauf bringen, sagte er sich, irgendein Druckmittel wird sich finden lassen. Er suchte ständig nach unverdächtigen Projekten, wo er sein Geld waschen konnte. Herbert Vollmer war bereits für die Operation vorbereitet und sah ihnen aus seinem Krankenhausbett ruhig lächelnd entgegen. Die Wirkung des Beruhigungsmittels hatte wohl schon eingesetzt. Nikolas ging der Krankenhausgeruch entsetzlich auf die Nerven, fiel mir auf die Nase. Diese Luft zu atmen war für ihn eine Qual. Dann wurde Herberts Bett aus dem Zimmer gerollt. Gemeinsam fuhren sie mit dem Fahrstuhl nach unten zum Operationssaal. Herbert verschwand in seinem Bett hinter einer Milchglastür. Karin und Nikolas setzten sich im Flur auf eine der Bänke für wartende Angehörige. Um Karin abzulenken, fasste Nikolas noch einmal die in der letzten Nacht gewonnenen Erkenntnisse über den Kellermeister zusammen. In Tavares sah er eindeutig das Problem. Er war der Drahtzieher des Betrugs und des Diebstahls der Weintrauben. Und als Karin erwähnte, dass auf sein Betreiben hin vor zwei Jahren seine Bekannte als Bürokraft eingestellt worden sei, war für ihn der Fall klar. Am liebsten würde ich Tavares auf der Stelle rausschmeißen und seine Sekretärin gleich mit. Aber Nikolas musste Karin zuvor das hiesige Kündigungsrecht erläutern. Da hörten sie eine sich nähernde Sirene, Autotüren schlugen, laute Stimmen ertönten, Fußgetrappel wies auf eine größere Gruppe hin und im Eiltempo wurde ein Mann auf einer Rettungstrage an ihnen vorbei auf die Milchglastür in den OP geschoben. Eine Krankenschwester hielt die Tür auf und wandte sich dann an Karin Vollmer. Ja, das Unfallopfer hat immer Vorrang, ein Autounfall, erklärte sie. Im Laufschritt und mit fliegenden Kitteln stellten sich weitere Ärzte ein. Der Fall schien ernst zu sein. Das Unfallopfer schwebte allem Anschein nach in Lebensgefahr. Karin Vollmers Stimmung erreichte einen Tiefpunkt. Fahrig blätterte sie in einer der ausgelegten Zeitschriften. Nikolaus hielt sich nur mühsam wach. Immer wieder kippte ihm der Kopf nach vorn, bis er irgendwann tatsächlich weckt der Matte. Es waren fremde Stimmen und deutsche Wörter, die ihn weckten. Und sich, den schmerzenden Nacken massierend, blickte er auf. Ihm gegenüber auf der Bank hatten sich zwei Manager im Edelzwirn niedergelassen. Teure dunkle Anzüge, hellblaue Hemden, Manschettenknöpfe, polierte schwarze Lederschuhe. Nur einer der beiden trug eine Krawatte. Nikolaus kannte diese Art Männer. Sie kamen zu ihm auf die Kinter und fragten nach Portwein. Natürlich musste er mindestens 20 Jahre alt sein. Und dann selbstverständlich zu Sonderpreisen. Ex-Seller. Der Krawattenträger mit dem grauen Haar war eindeutig älter und wohl auch der Vorgesetzte des Mannes mit dem kantigen Gesicht und dem rasierten Schädel, bei dem das dunkle Haar leicht durch die Kopfhaut schimmerte. Er wirkte mit seiner sportlichen Figur und dem gebräunten Gesicht, als käme er geradewegs vom Strand. Während Karin weiterhin gelangweilt durch die Zeitschriften blätterte, tat Nikolaus, als schliefe er und konzentrierte sich dabei auf die Unterhaltung der Manager. Das hielt ihn wach. Das beinah flüsternd auf Deutsch geführte Gespräch der beiden drehte sich um Schiffe und Transatlantikrouten, um Ladungen, Ankunftstermine und Ladekapazitäten. Daneben wurden Firmen erwähnt, von denen einige in der Wirtschaftspresse auftauchten. Dann wechselten sie das Thema. Sie werden sich schnell einarbeiten, mein lieber Fechter, sagte die Krawatte zu seinem Nebenmann, der die Beine weit von sich gestreckt und die Arme vor der Brust verschränkt hatte. Da bin ich mir absolut sicher. Ihr Engagement ist auch dem Vorstand gut bekannt. Ich bin da ganz bei Ihnen. Zumal sich unsere Arbeitsbereiche dann zum Teil überlappen, war die Antwort des Glatzköpfigen. Dann sind Sie für den Job genau der Richtige. Jemand wie Sie betrachtet das doch als hochwillkommene Herausforderung, als einen Karrieresprung. Das gönne ich Ihnen. Bei der Schwere des Unfalls unseres Kollegen ist kaum damit zu rechnen, dass Henke bald wieder hergestellt ist. Ja, wenn überhaupt. Da lag ein verletzter Kollege unter dem Skalpell der Ärzte. Sie kämpften um sein Leben und die Nachfolger wetzten bereits die Messer. Ja, so ticken Sie in vielen Chefetagen, dachte Nikolaus. Haben Sie seine Frau verständigt, Herr Fechter? Selbstverständlich. Der Glaskopf schaute auf seine teure Armbanduhr. Erwarten Sie seine Frau? Jeden Moment. Eine Schwester trat aus der OP-Zone. Karin sprach sie an, vermischte in ihrer Aufregung deutsche und portugiesische Worte, sodass sich schließlich Nikolaus nach dem Befinden ihres Mannes erkundigte. Jetzt blickten die beiden Managy an. Die beiden Manager, ne? Keine Ahnung. Herbert Vollmer sei guter Dinge, erklärte die Schwester und lachte. Er hat schon alle auf seine Weine heiß gemacht. Eine Kiste ist dem Operationsteam sicher. Na, dann geht's ihm gut, sagte Karin aufatmend zu Nikolaus und lehnte sich beruhigt zurück. Sie haben mit Wein zu tun? Fragte die Krawatte. Sind Sie Winzer? Er schaute sie offen an und lächelte. Karin schüttelte den Kopf. Nein, nein, ich nicht, aber mein Mann ist Winzer, sagte sie und fügte quasi entschuldigend hinzu. Der Herr hier an meiner Seite ist unser Berater. Momentan müssen Sie sich an ihn wenden, wenn Sie etwas über unsere Kinder wissen wollen. Nikolaus kramte eine Visitenkarte. aus seiner Brieftasche. Die Glatze griff schnell zu, bedankte sich lächelnd und las. Sie führen ein Weingut am Rio Dodo, Herr Hollmann? Oh, wie interessant. Er sah Nikolaus durchdringend an. Und Sie beraten Madame Vollmer? Ihnen, gnädige Frau, gehört die Kinta Dallua? Wie schön. Fechter blickte auf, denn jetzt stürzte eine Frau mit dunkelblonden, hochgestreckten Haar auf sie zu, eine Krankenschwester im Schlepptau, die sie aufzuhalten versuchte. Die Frau eilte mit ängstlich aufgerissenen Augen auf Fechter zu. Der war aufgestanden. Frau Henke, also war die Frau des Unfallopfers eingetroffen. Das Drama nimmt weiter Gestalt an, dachte Nikolaus, der von dem Geschehen recht unberührt blieb. Frau Henke überschüttete Fechter mit einem Schwall von Fragen, die so schnell hintereinander kamen, dass weder Fechter noch seinem Chef Zeit für eine Antwort blieb. Vor Nikolaus, Karin und der Krankenschwester, die ihren Arm gepackt hatte und sie so daran hinderte, durch die Milchglasstür zu laufen, nahm sie keine Notiz, sodass Nikolaus die Szene ungeniert betrachten konnte. Fechter schob seinen Chef beiseite, der sich sichtlich unwohl fühlte und ergriff theatralisch die Hände der Frau. Meine liebe Marie, es tut mir unendlich leid. Was passiert ist? Es tut mir so leid. Die Ärzte tun alles Menschenmögliche, davon sind wir überzeugt. Auch die Krawatte spendete einen mitfühlenden Blick, sehr besorgt. Leider wissen wir nichts Genaues. Dein Mann ist seit einer Stunde im OP. Kann mir denn niemand hier richtig Auskunft geben? Hilfe suchen, sah sich die Frau um. Steht es denn so schlimm um ihn? Um eine beruhigende Antwort flehend, sah sie von Fechter zur Krawatte und zur Krankenschwester. Letzte breitete hilflos die Arme aus und wies auf die Milchglasstür. Ich will nicht drumherum reden, sagte Fechter mit ernster Miene, aber ich befürchte, dass wir mit allem rechnen müssen, Marie. Doch man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Bitte, bitte sprich nicht weiter. Frau Henke schluckte und kramte kopflos in ihre Handtasche. Karin Vollmer reichte ihr ein Taschentuch, was ihr einen dankbaren Blick eintrug und einen Strom von Tränen auslöste. Fechter rückte etwas von den Frauen ab, als wären ihm diese Tränen zuwider. Ich brauche dringend einen Kaffee. Wenn es hier sowas gibt, sagte Karin Vollmer. Ihre Augen sprachen eine andere Sprache. Darin hieß es, lass uns schleunigst verschwinden. Ich halte das hier nicht länger aus. Sie fragte die Krankenschwester nach der Kantine. Als sie eine halbe Stunde später zurückkamen, saß Frau Henke blass und stocksteif zwischen den beiden Männern und rang die Hände. Die Krankenschwester bat sie mitzukommen, um ihr ein Beruhigungsmittel zu geben. Kurz darauf trat eine Gruppe von Ärzten mit ernsten Gesichtern leise debattierend durch die Milchglastür. Ein älterer Arzt fragte nach den Angehörigen von Senior Henke und als die Krawatte sich meldete, ergriff er seine Hand. Es tut uns unsäglich leid. Wir haben wirklich alles versucht. Aber der Patient ist unter unseren Händen gestorben. Unwillkürlich sah Nikolas in diesem Moment zu Fechter hinüber. Täuschte er sich oder glitt tatsächlich ein kaltes Lächeln der Befriedigung über dessen Gesicht? Es war wie der Spiegel seines tiefsten Inneren, bevor sich die Miene der Betroffenheit darüber legte. Als der Nikolas sah, trat er auf ihn zu. Sehen wir uns bei der Weinprobe in Lissabon. Ich würde mich sehr freuen. Nehmen Sie daran teil? Alle Tische in der langen Reihe in der Ruhr Augusta zierten Tischdecken, die im Laufe des Nachmittags reichlich mit Rotwein getränkt worden waren. Unter den Tischen stapelten sich die Kartons mit vollen und leeren Wein- und Wasserflaschen. Nicht anders war es bei Paolo Oliveira. Als Nikolas auf den Tisch zuging, bemerkte er, wie der Winzer mit einer leeren Weinflasche unter den Tisch tauchte und mit einer fast vollen Flasche in der Hand wieder hervorkam. Was treibt Sie denn zu uns? fragte Paolo, Betreiber der Kinder davon, schlecht gelaunt wie immer. Auf Spionagetour? Wieso sollte ich bei Ihnen spionieren, Senior Oliveira? Wir leben unter derselben Sonne, wir bauen unsere Trauben auf gleichem Boden an und leiden unter demselben feuchtkalten Wind vom Atlantik. Und der Rest ist Technik, Herr Nachbar. Da sind Sie uns mit Ihrem ausländischen Kapital sicher weit überlegen. Ach, man sollte die Technik nicht überbewerten, korrigierte Nikolas sich schnell, damit Paolo Oliveira sich nicht auf die Rolle des vom ausländischen Kapital abgedrängten Winzers zurückzog. Naja, wenn Sie das hören sehen. Damit war die Unterhaltung beendet. Welchen Wein wollen Sie probieren? Nikolas war auf die Reserva davon untergespannt. Oliveiras einzigem klassifizierten Wein. Erneut griff Oliveira unter die Tischdecke. Ich muss ein Wein finden, in dem noch ein Rest vorhanden ist, entschuldigte er sich mit rotem Kopf. Alle wollen die Reserva probieren, seit wir dafür mit 92 Punkten ausgezeichnet wurden. Zur Bestätigung nickte er heftig und füllte Nikolas Glas eher beiläufig, um sich einem anderen Kunden zuzuwenden. Der Wein war gut. Er war opulent, wies komplexe Aromen auf, zeigte Noten von Cassis, Lakritz und Pflaume. In den Tanninen war er kräftig, was sich mit der Zeit jedoch harmonisieren könnte. Aber etwas war bei diesem Wein anders. Es war nicht der Duft, der Nikolas verwirrte, es waren nicht die Aromen. Es lag mehr an der Farbe, die er als ein wenig trüb empfand, als läge ein hauchzarter Schleier über dem sonst brillanten Rot. Oder war es das Licht des beginnenden Abends? Die ersten Laternen an den Hauswänden in der Ruhe Augusta brannten, obwohl die Sonne noch nicht untergegangen war. Nikolas probierte erneut, bewegte den Wein im Mund, mischte schlürfend Wein und Luft, kaute fast darauf herum. Er wollte wissen, was anders war und was er nicht ergründen konnte. Er trank, schwenkte das Glas, trank erneut. Verdammt, er kam nicht darauf, was es war und das ärgerte ihn. Aber wieso ärgerte er sich? Woher kam denn diese Ungeduld? Er musste wissen, was das war. Er war doch sonst so gut beim Probieren. Wieso jetzt diese Schwierigkeiten? Er probierte erneut. Woher kam denn diese bittere Note? Wieso fühlte sich seine Mundschleimhaut so fremd an, fast taub, sodass er die Tannine gar nicht spürte? Verdammt, was war das? Dass er nicht begriff, was hatte dieser Paolo Oliveira mit dem Wein gemacht? Aber er wollte sich nicht mit diesem unwirschen Kerl auseinandersetzen. Er wollte die Weinprobe hier in Lissabon genießen. Er wollte gehen, andere Weine probieren. Er wollte bleiben. Was wollte er eigentlich diesem Wein auf die Spur kommen? Denn er zeigte auf jeden Fall einen Fehler. Einen Fehler, den er nicht kannte. Wieso kannte er den Fehler nicht? Das ärgerte Nikolaas. Das gab es nicht. Oder doch? Ihn störte seine wachsende Ungeduld und er hasste es, auf diese Art verunsichert zu werden. Es machte ihn nervös. Es brachte ihn auf. Nur er wusste nicht wogegen. Er musste weiter. Aber was hatte Oliveira da unter dem Tisch hervorgekramt? Wütend knallte er das Glas auf den Tisch. Es wäre ihm egal gewesen, wenn es zersprungen wäre. So ein Mist dieser Wein. Und er bedankte sich, erleichtert, dass Oliveira beschäftigt war, andere Gläser zu füllen. Nikolaas sah sich gezwungen, weiterzugehen. Doch überall standen ihm Leute im Weg, redeten dummes Zeug über Wein, taten sich wichtig. Und sich dazwischen zu drängeln, lag ihm gar nicht. Und wieder hörte er die Sirene der Ambulanz, als der Nächste, dem die Weinprobe nicht bekommen war, abgeholt wurde. Denen geht es vielleicht so wie mir, dachte er. Dann sein Herzklopfen wurde stärker. Er lehnte sich an eine Hauswand, ihm wurde schwindelig. Das Gefühl nahm zu, etwas wie Panik keimte in ihm auf. Und er stolperte zurück zum Tisch der Kinta da Joana. Kann es sein, dass Sie zu viel getrunken haben? Als Nikolaas aufsah, stand Joana Breitenbach vor ihm. Ich fahre Sie zurück, Herr Hollmann. Kommen Sie, sofort. So kann es ja nicht weitergehen. Können Sie überhaupt laufen? Sie streckte hilfsbereit die Hand aus. Bis Signor Tavares den Tisch abgebaut hat, wollen Sie ja bestimmt nicht warten. Wo steht Ihr Wagen? Nikolaas schlarrte sie an, als hätte sie gefragt, ob er mit ihr in die Bank einbrechen wolle, deren vergitterte Fenster wenige Schritte hinter ihm lag. Mein Wagen, ja, der steht im Parkhaus an der... Er erinnerte sich nicht mehr. Doch, ich weiß es, wir gehen ein Stück. Ich muss mich nur erinnern, von wo ich vorhin gekommen bin. Ich bin mit der Straßenbahn gefahren, bin von diesem Platz gekommen, von dem mit dem Denkmal, von diesem Schriftsteller bin ich gekommen. Da bin ich losgefahren, eingestiegen. Der Wagen steht im Parkhaus. Ja, da müsste er stehen. Da müssen wir hin. Johanna Breitenbach fasste nach seinem Arm, den er erstaunt zurückzog. Was wollte sie von ihm? Ach ja, Sie wollen zur Prasa Camois. Genau, Prasa Camois, da steht mein Wagen. Er verstand nicht, wieso ihn die drei Personen hinter dem Tisch so befremdet, ja beinahe ängstlich ansagen. Was ist denn los? Ist was nicht in Ordnung? In dem Maß, wie die Zeit verging, wie er von der Landschaft auf dem Heimweg abgelenkt wurde, verging auch das unbegreifliche Gefühl, dieser grauenhafte Zustand, in dem er sich befand. Die eklige Betäubung seiner Lippen ließ nach, sein Herz schlug ruhiger. Er redete weniger und fühlte sich deutlich weniger gehetzt. An einer Tankstelle versorgte Johanna ihn mit einem Sandwich mit Kaffee und Wasser. Bei Aroda dos Vinius bogen sie von der Autobahn ab und folgten dem letzten Tageslicht, der sich um jeden kleinen Hügel windenden Landstraße. Er hatte ihr das Steuer seines Wagens bereitwillig überlassen. Er war dankbar, dass sie ihm die schwierige Aufgabe des Fahrens abgenommen hatte. Wer weiß, wo ich mit meinem wirren Kopf gelandet wäre, sagte er sich, wahrscheinlich halbtot in einem Trümmerhaufen am Fuß, eines der vielen Abhänge, wie dieser Mann, den sie ins Hospital eingeliefert hatten. Er dachte an Fechter, erinnerte sich an das befriedigte Lächeln, das über dessen Gesicht geglitten war, als der Arzt die Nachricht vom Tod seines Chefs überbracht hatte. Etwas wie Hohn, meinte er darin gelesen zu haben. Nikolaus schob den Gedanken beiseite, Rebstöcke mit ihrem dunkelgrünen Laub bedeckten die Hügel ringsum, senkten sich in die Täler und genau dieses Bild brachte sein Selbstvertrauen zurück. Auch Johanna Breitenbachs Sorge gab ihm Ruhe. Er atmete entspannt, vergaß die Aufregung, das innere Zittern und genoss es, gefahren zu werden. Er mochte sie gut leiden, die Johanna, auch wenn er ihre Zukunftsängste überspannt fand. Dabei fürchtete er insgeheim, nur verbot er sich, diesen Gedanken bis zu Ende zu verfolgen, dass sie mit ihren Bedenken richtig lag. »Ich nehme an, es geht Ihnen besser?«, fragte sie. »Wir sollten unbedingt klären, was diesen Zustand bei Ihnen hervorgerufen hat. Hatten Sie jemals zuvor eine derartige Reaktion?« »Nein, noch nie. Ich war völlig außer mir. Ich habe geglaubt, mir platzt der Kopf. Ich wusste weder wohin mit meinen Gedanken noch mit meinen Händen. Versuchen Sie doch einfach mal zu rekonstruieren, bei wem und was Sie verkostet haben.« Nikolaus griff nach dem Notizblock in der Innentasche seiner Jacke. Er hatte vier Kellereien notiert, jedoch nicht die Kinter der Fonte. Dazu war es nicht mehr gekommen. Glauben Sie, dass es möglich ist, dass Ihnen jemand etwas in den Wein ins Glas getan hat? Ja, passen Sie auf, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Ihnen das nicht passiert. Denn es gibt eine Menge Leute, die uns alles Mögliche einschenken wollen. Auf Wiederschauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017